Präsentiert von Enfostag TV und Geco Ammunition. Das liegt aber in der Natur der Dinge. Vorhin haben wir schon über Schallendenfahrer aus Finnland gesprochen. Richtig. Jetzt reden wir über ein Holosun-Produkt, was ganz besonders ist. Welches ist das und vor allem warum? Also das Holosun ist auch ein relativ neuer Markt. In Amerika war es schon einige Zeit verfügbar. Das ist eine Rotpunkt-Optik für eine Kurzwaffe. Der X2-Generation vom Hersteller Holosun zeichnet sich aber von einem normalen Red Dot und mit gewissen Features hebt es sich definitiv ab, muss ich sagen. Und irgendwie ist es schwierig zu beschreiben, aber wir versuchen mal ganz sachlich daran zu gehen. Wir blenden es jetzt auch in diesem Moment ein, aber erklär es mal, was sehen wir gerade? Genau. Also, wenn man durch dieses Red Dot durchguckt, sieht man entweder ein Chevron, wenn man das Chevron-Modell bestellt hat, oder einen Rotpunkt, wenn die Waffe perfekt im Anschlag ist. Sollte aber ich die Waffe irgendwie verkantet haben, dann sehe ich um dieses Chevron oder diesen Rotpunkt einen großen Kreis. Korrekt. Und dieser Kreis gibt mir direktes Feedback, in welcher Lage sich eigentlich mein Chevron oder der Rotpunkt befindet, der auch meine Treffpunktlage der Waffe ist. Genau, weil wenn ich die Außenseite des Kreises sehe, auf der rechten Seite weiß ich, ich muss sie wieder so zurückkennen, dass ich diesen Kreis eben nicht sehe. Genau. Habe ich den Halbmond oben, weiß ich, dass mein Rotpunkt unten ist. Das heißt, ich muss die Waffe hochnehmen. Sehe ich den Rotpunkt unten, muss ich die Waffe, egal, in die andere Richtung nehmen. Irgendwie sowas. Und ich habe gesagt, also erstens habe ich es noch nie gesehen, dass eigentlich ein Hersteller etwas einblendet, damit man es am Ende nicht sieht, weil in dem Moment, wenn du siehst, machst du eigentlich gerade einen Fehler. Ganz genau. Und das kann man auch üben im Endeffekt, wenn man diesen Rotpunkt dann hier hochnimmt. Kein Problem. Alles gut, geh hier lang. Komm her. Und so ausstrecke, sehe ich im Endeffekt nur den Rotpunkt selbst. Und wie gesagt, ich sehe hier den oberen Halbmond, kann ich direkt korrigieren. Ich bekomme also von der Optik direktes Feedback, wo sich dann der Treffpunkt befindet. Und das ist hier der Punkt für Schützen, die jetzt neu sind, mit dem Red Dot System und den ganzen Optik Ready Waffen. Das ist natürlich super, denn die meisten Schützen, die man an der Schießanlage sieht, die nehmen die Waffe dann in den Anschlag und fangen dann an zu rühren. Genau. Der Klassiker. Richtig. Und das ist im Endeffekt eine super Methode, um dem entgegenzuwirken oder einfach mal zu üben. Es ist eigentlich ein Red Dot mit einer, mal abgesehen davon, dass Holos dann ja wirklich tolle Visiere baut, es ist eigentlich ein Red Dot mit einer eingebauten Coaching-Funktion. Richtig. Gut ausgedrückt, ja. Und das Schöne ist, wenn man dann aber irgendwann mal so weit ist, dass man sagt, naja, okay, gut, mein Anschlag ist jetzt perfektioniert, ich komme jetzt, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel bei einer Pistole aus dem Holzer über den 4-Punkte-Zielvorgang, dass man sagt, okay, gut, ich finde den jetzt immer, ich finde den, wiederhole genau immer, ich brauche den Ring gar nicht mehr. Kann ich den dann auch abschalten? Ja. Einfach nur lang auf die Minustaste drücken. Einfach nur lang auf die Minustaste drücken. Also, auch hier wieder lustig, eigentlich haben wir so viele Highlights. Ich denke immer so, boah, das ist ein Game Changer, das ist aber auch ein Game Changer, das ist aber auch ein Game Changer. Es tat sich fast aus, dass man jetzt mal zwei Jahre Ruhe hatte, weil plötzlich alle Produkte, oh mein Gott, hier sind zwei Jahre Entwicklungszeit gewesen, da sind zwei Jahre Entwicklungszeit gewesen. Jetzt auch wirklich seltene Sachen für alle Leute, die jetzt sagen, Timo, ich brauche das. Wo kriegen Sie es jetzt her? Das wird über Primary Arms nach Deutschland dann importiert. Wir sind jetzt der Distributor von Primary Arms für den deutschen und auch den europäischen Markt. Daher wird das auch hoffentlich zeitnah zuverlässig zu uns reinkommen. Also, ein weiterer Trüffel hat den Weg ins Portfolio von Waffen-Ferkinghoff gefunden. Ich kenne euch ja über den Newsletter, deswegen empfehle ich auch, allen einmal sich für den Newsletter zu abonnieren. Der lohnt sich wirklich, besonders wenn man so unglaublich Amerika- und produktaffin ist wie ich. Timo, wir haben uns jetzt aber schon wieder andere Sachen eingeguckt, die ich vielleicht auch noch featuren will. Deswegen sage ich vielen Dank für deine Zeit und bis gleich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.